so ok welche zauberbücher nehmen meine freunde die man einfach bekommt war reparatur am besten war oder die am beliebtesten sind oder wie jeder fehler fallen ist man auch mal so ganz hat man ganz oft war oder jeder fall oder reparatur weil ich glaube reparatur betone doch am meisten verkaufen am besten denn lieber bücher nehmen die ja nicht so oft verkauft war dass man die linker dass man die bekommt verkauft stärker 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 1 hallo hier ist oh ja wo du hier sind wir hier auf hier rein gut so 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 planer wie machen wir denn wochen wöchentlich oder 3 tage drei tage fünf tage möchte mir eigentlich unbedingt hier diese bilder holen aber ich bin arm er macht eine quest amelena hast du da geld habe ich doch ab schon gesagt es gibt so viele quest hier wo du geld bekommst und ein bill kostet nur 500 easy peasy und was gibt es jetzt dafür für die belohnung leute ist da jemand im chat aber was gibt es dafür belohnung geld belohnung muss man auch richtig schon viel geben bekommen 5000 erfahrung war man dann auch 500 ist eine krasse belohnung hier nicht die quest ist auch nicht fertig 10k nein 10k ist so viel ist nur ein buch die man macht man macht ja nur alle zehn alle fünf tage aber wenn man die nur alle fünf tage macht er verkauft der hunde auch kein buch obwohl doch alle geht er dahin und kaufen buch denn rache und er ist wieder mal zweck du holzbirne rache ist auch blöd ich will gleich mal ein zauber schwert eine zauberflöte raus und flöte dir eine das hat sich wieder mit angehört war und jetzt wieso guckt er mich nicht an jeder war weg jetzt hier ok sieht gut aus das ist ein wolf das war meine freunde wir können aber schnell hier rauf gehen da ist es ist das hier war die taisers aus das kann man fahren ja richtig gute rennstecke hier richtig geil oben beginnen ok wenn die runter da ok nice das ist schon überraschen die trash aus die trash aus die 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 die